recht herzlich willkommen zur 93 folge von grand age medieviel so wir sind hier eigentlich unterwegs haben wir den händler weggeschickt weiß gar nicht wo der ist warte mal da sind noch truppen wenn die moralverlust alles klar wir hatten doch ein händler quasi mir baller kopf oder wieser nicht ganz aber fast war der nicht jeden konstant und machen wir greifen überhaupt mehr an was passiert denn jetzt gerade so sicher da sind noch zwei pferdchen truppe findet sich im kampf spiel ist in pause deswegen geht ja auch nix alles klar so die kommen dazu und dann geht es auch runter wunderbar ok und jetzt fehlt unser händler noch wo ist denn er geblieben wo habe ich den gehabt ich sehe den jetzt gerade nicht aktiviert nein der ist da diesen moral aposteln und nicht bezahlt werden ja da ist unser händler ich hätte in der aufnahme noch gesehen dass ich noch getreide dabei hatte das kann ich hier aber zum glück genauso für den gleichen preis verkaufen weil das war bei der letzten stadt auch so oder ist es diese stadt riesen ein das war unterwegs irgendwo so dass alles raus das nun dann nicht mehr dann können wir neues kaufen das brot ist relativ günstig ich mann immer der einen auch mit hatte mal das produzieren der noch 28 salz das produzieren die auch geht aber sofort hoch dann lassen wir das mal tschernowitz dann da oben in den händler wir haben jetzt gerade 10.000 plus ist nicht viel wer ist denn da zu hause keine ahnung so hier kriegen wir für das brot geld da auch da geht schon nicht mehr ganz viel lohnt nicht das können wir achten lassen und das war es und kaufen lohnt sich hier glaube gar nichts dann nach krakau was in krakau so los ist na geht vielleicht muss man ja auch nicht wirklich 194 ja achte weg so da haben wir nichts mehr und kaufen lohnt hier nicht wirklich preis springt sofort hoch da auch noch mal gar nichts machen hier mit können wir denn nach budapest unterhandeln weiß ich gar nicht gucken wir mal ist eine graue stadt könnte eine freie stadt sein sozusagen so salz ist da komplett da verkaufen und da ist es wird auch relativ gut 150 kann man da lassen gut bier geht gleich hoch fälle und da geht ein bisschen was kann man für die 20.000 pfälle kaufen gut dann geht es weiter nach pantero 120 120 das lohnt er nicht hier geht auch ein bisschen 80 weg günstiges club mit 60 der fisch aber ich habe keine kohle da das schlecht doch gerade was verkauft oder die anderen händler machen gerade den preis kaputt na so jetzt ja das war jetzt nicht viel zum hier noch tuch aber auch sofort hoch sonst genau sofort lohnt nix na pro 300 ist schon teuer dann war es nur der fisch hier sehen wir ab nach sofia und hier können wir die truppen mal weiter hoch schicken weil deshalb wird sowieso gerade wieder nicht belagert haben wir hier unten noch was stopp da sind wir schon zu weit ja da sind noch ein paar die schicken wir da auch noch hoch und hier sind auch noch welche so sind die denn noch mies drauf nein die sind jetzt nicht mehr mies drauf dann toller das war jetzt richtig geil oder ging erst und dann ging es doch nicht stopp mein händler stopp mein händler das ist auch nicht korte wird war das so lohnt nicht lohnt eigentlich auch nicht lohnt auch nicht kannst du auch behalten das war nix dann gehen wir da das war jetzt nix positives ne so und unsere truppen haben gerade wieder einen auf den sack gekriegt das ist gut gelaufen ne uns reicht's ja uns reicht's kein geld und weg 6 weg achte weg alle nehmen sie unternehmen sie auch alle läuft gerade äußerst schlecht ne schon unterwegs das geld ist wieder alle 5,50 das war mal was lohnenswertes wir kriegen ein bisschen was gekauft aber allerdings haben wir nicht genug geld ja schade ne jetzt sind wir das dicke mieser wenn wir oben mal ein bisschen mehr hätten ne 7 8 9 9 und back man das ist nur rote zahlen aber momentan tja haben wir irgendwo noch eine truppe ich glaube nicht ne hier ist eine die wird aber nicht laufen wollen das war der moralverlust die haben auch moralverlust nur ganz viele sind da sogar ist hier unten noch was nein ja irgendwelche haufen sind jetzt auch nicht da die wir plündern können das ist schlecht ne ja gut die haben auch moralverlust läuft also auch nicht sehr wohl noch mal weiter macht ja keinen sinn jetzt hier zu bleiben oder ja oh jetzt mal gerade 10.000 plus jetzt nicht mehr jetzt müssen wir gerade ein bisschen geld abwarten ne ja tier tier minus kommen irgendwelche händler die mal ordentlich geld jetzt einnehmen ja das läuft ganz dicht das läuft ganz dicht eben hatten wir das plus jetzt ist es plus weg jetzt sind wir vier ich brauche ein bisschen mehr das reicht nicht die nach die das ist das ist das die der der die die so hier geht was hier geht auch was nicht mehr kommt das lohnt nicht da wird ein bisschen alle weg zu kaufen wäre hier das bier das geht aber relativ zügig hoch und das salz beim salz geht ein bisschen mehr lohnt alles nicht nur die boote genau gleich hoch wenn wir eins mit chernowitz war das ausgeschlossen transit abkommen benötigt dann halt nicht geht es hierhin weiter diese 34 24 13.000 jetzt wieder ein bisschen geld abraten darum hier jetzt wie sie so viele kommen ein bisschen mehr brauchen wir jetzt mal komm schon ein bisschen geld zum umsatz machen jetzt sind die bei 10.000 minus anstatt plus so jetzt nehmen wir es so das brot kann man verkaufen hier geht auch was fälle geht auch salz geht honig geht auch gut jetzt kaufen können wir ja nix ist auch kein handelsplatz ne also da ein jetzt haben wir was verkauft aber im endeffekt nichts eingekauft ne das ist auch doof jetzt mal hier gucken dass wir ein bisschen plus haben wenn wir da reingehen zähne miese kommt noch ein tag mal bei fünf wer da zu spät kommt schon warum tümpeln wir an der null rum das ist die frage ne zu spät da war 9000 kommen jetzt 11 miese 10 miese 5 miese 6 13 miese läuft gerade äußerst schlecht da oben und ab und zu ist es ja mal richtig gut da sind wir wenigstens ein plus da haben was so da kann wir verkaufen 30 cool das ist teuer da kann man noch zu kaufen das müssen wir gleich überlegen ja ist nur noch das da wollen wir nicht mehr lange überlegen 18 davon das ist teurer preis hier ist er billig wenn nehmen wir das mit nehmen wir mit so jetzt die frage wohin damit na eigentlich bei hier oben kohle angesagt irgendwo exquisit das ist einfacher gut okay aber ich würde sagen da machen wir in der nächsten folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann